weiter geht's aus hier erkundschaftung erkundschuftung ja ist erkundschuftung ist auch nicht schlecht wir schuften zum zeug oh was ist das denn hier das ist neu es sieht entweder nach herbst oder verrottet aus ich würde zwar sagen verrottet oder unten ist doch irgendwas komisches da kommt im übrigen rechts irgendwas ganz komisches was ist das ein achte spinne unten irgendwas da kommt noch eins ein face monster tatsächlich ich brauche mich mal weiter da kurz hin was das da ist wir wollen immer ein bisschen runter bohren ja hier ist ganz viel von dem zeug aber es halt zum bauen nix groß als besonderes jetzt noch ganz viel aber jetzt irgendwie gerade halloween oder was ist hier los geil was denn fähre mal einen von den bäumen fähre mal das neue verderbte hier im übrigen nehm ich mal mit die kleinen mini zombies hier hier sieht es auch nicht schön aus die musik hat sich auch ganz schön ach so wenn du für diese steine was haben möchtest hier ist ganz viel in dieser höhle ich markiere sie mal so dezent viel dann lass uns mal auf abenteuerreise gehen hier runter ab und zu mal da wir ja die fackeln jetzt an die wand hängen können so eine fackel mal ganz kurz hingepackt ja da gibt es diese altare wieder wenn die dumme befürchten dass wir über irgendwas herstellen müssen um diese altare kaputt zu machen damit wir das monster rufen können die spinne spinne kaputt kiste und in der kiste haben wir ein menschlichen band of regeneration ein paar bomben ansonsten nichts großartiges was ist das da unten wieder ein herz da unten ist ein herz das sind zwei herz oh das ist das was wir wahrscheinlich machen müssen machen wir ein bisschen licht hier komm da ist bestimmt fackeln dabei ja und naja ab und zu macht es schon sinn mal eine fackel an die wand zu hängen äh horrible chill goes down your spine ich glaube irgendwas hat das entdeckt ach ne du hast die dings schon kaputt gemacht ne ich hab das herz kaputt gemacht dann mach mal weiter das dürfte das gleiche sein wie so wo haben wir den nächsten von der basis bestimmt das gleiche wie wie hieß er doch gleich wieder der welten dingsbums ich guck mal links ja hier runter mach mal ab und zu bitte ein paar fackeln an die wand trotz allem dynamit kommt dann komm hoch das macht das herz glaube ich mit kaputt ja brain of cthulhu siehst du schon was siehst du schon was dann komm hoch dann komm hoch wow wow what the fuck das ist unsichtbar ah links 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 was das wars schon was haben wir da noch schönes brain of cthulhu trophy oh mein gott wir haben trophies es gibt trophäen gut also wir können also trophäen einsammeln und hinstellen ok das war wahrscheinlich der erste boss für ähm hard mode nur die neue variante nicht schlecht nicht schlecht fand ich cool noch einen ja würde ich schon sagen oder vielleicht hast du auch noch eine statue dann hier so zum hinstellen aber was anderes hat er anscheinend nicht gehabt es sei denn du hast irgendwas eingesammelt ob ich zum beispiel nicht ja ich hab warte 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 vertebrä habe ich noch äh gehirnmasse habe ich quasi eingesammelt äh ja ich auch und tissue samples tissue samples habe ich glaube ich nie hab ich glaube ich wirklich nicht ne ein meteorit ist gelandet nach langer zeit mal wieder ne meteorit sehr schön sehr schön wollte man schon mal haben sandstone brick wall brauchen wir glaube ich nicht oder aus sandstein wirklich hier sind noch herzen sehr schön herzilein ja zwei stück sogar ähm äh so oben kannst du auch kaputt machen oder ich mach es kurz kaputt achso ich muss hin zum hout hauen stimmt ja äh bin dran und incoming ich glaube hier oben ist ganz gut gewesen so flupp flupp So, Bogen und Power! Oh, das Herz, guck mal, ist das geil. Da ist es kaputt. Und da ist ein zweites Trophy-Ding, viel Spaß damit. Hast du es? Ja. Sehr schön. Und ich habe jetzt auch Tissue Sample 26. Böser Wurm. Was ist das denn hier? Ah, das sind die neuen komischen Dingswürmer. So, dann haben wir jeweils einen, kommt wieder raus hier würde ich sagen, oder? Das ist im Übrigen der Sandsturm. Hast du dafür abgelegt? Das Ding, was ich für Bossfights brauche, um länger nicht verwundbar zu sein, also unverwundbar zu sein. Ach so, das Ding. Das nehme ich eh nur bei großen Bossfights der schweren Kajüte an. Dementsprechend ist das Wurscht. Das gibt mir zwar ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit glaube ich, aber ist erstmal egal. Was ist das denn da? Steinchens? Sternchens? Nicht Steinchens. Aber das Gehirn war schon irgendwie cooler als das andere. Ach, guck mal was wir gefunden haben. Sehr schön. Den kann man auch gleich beschwören, würde man sagen. Bevor wir reingehen. Oh, die ist nochmal. Wollen wir den jetzt schon direkt in den Hartmode. Ist das nicht, ist das der Hartmode-Bus? Ach ne, Quatsch. Das war ja die Wall of Lash. Wollte grad sagen. Also, her damit. Hey, Dude. Ach komm, gehen wir mal ab den hier. Stirb Skeletron, stirb! Und tschüss. Trophy. Gibt keine. Gibt keine, ne? Ähm, einen Crimson Rod habe ich dafür jetzt. Ja, der hab's vorhin. Bei den anderen Dingern. Ach so. Guck mal, ist ein Wölkchen. Die schießen Laser. Aber man kann aber nur noch eine machen, schade. Sind das Laser eigentlich? Summon the cloud, it rains blood on your foes. Probier mal aus. Ja, es macht Schaden. Tatsächlich. Witzige Idee. Bringt nicht viel, ich weiß. Aber ist trotzdem lustig. Schade, dass der Bogen keinen Autoshot hat. Hier, diese kleinen Bücherregale brauche ich eigentlich auch. Kann man nicht irgendwie die wieder aufbauen, die Bücher? Ja, ne? Ja, ich mein schon. Brush Shelf brauchen wir sogar dazu. Also Sensor Groups brauchen wir eh nicht. Wooden Arrows brauchen wir auch nicht. Dann geh ich mal ein paar Bücher mit abbauen. Und die Bookshelves, um meine Bibliothek noch ein bisschen schöner zu machen. Also hier unten ist ja eigentlich auch nichts, was wir noch brauchen wahrscheinlich. Aber man kann ja mal gucken. Ist das denn ein Totenkopf? Ach, das war ne Vase. Oh, du hast ne Kiste gefunden, die wir nicht aufmachen können. Ja. Wo finden wir nen Schlüssel dafür? Wahrscheinlich oben im... Au, ein Totenkopfbild. Haben beide keinen Platz. Ich hab' ja gemacht. Ich hab' ja gemacht. Hm. Brush Shelf. Was kann man denn noch wegwerfen, was ich nicht unbedingt brauche? Hm. Knochen zum Beispiel. Ja. Ja, ja, geh weg. Hm, hm, hm. Hm. Kann ich das bitte haben? Kannst'n gleich haben. Ah, Dynamit, Blatt, zwei Gold. Dynamit nehm ich mal mit. Ja, hier ist noch mal so ein Dings drin. Achso, hier hast du mir das Dynamit, falls du mal was brauchst. Was ist da drin? Äh, Shadow Key, den brauchen wir ja nicht. Nee, wir brauchen diesen anderen Schlüssel jetzt. Ja. Da hast du noch ein paar Banner auf der anderen Seite. Ah, böse Skelett, die Viecher. Warte mal. Ähm, 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 ähm. Sachen wegschmeißen, die ich nicht brauche. Mein Gott, hör ab. Oh, ist noch ne Kiste. Hier ist ein Kobold Schild drin. Brauchen wir auch nicht wirklich. Oh. So. Hm? Ich hab' uns gerade wieder die, äh, Dings besorgt. Dir Dings besorgt? Ja, hier die Sacktoch. Die Sacktoch. Kannikerin. Achso, da. Ähm, das Bild hast du auch, du? Okay. Äh. Teilen wir dann einfach auf, naja würde ich sagen. Jo. Ist ein bisschen einfacher, als jetzt hier irgendwie... ...zu gucken. Oh. Den haben wir jetzt auch befreut. Ähm, ja. Da. Die ganzen Mutterschleime hier wieder wegmachen. Äh. Äh. Schaddi Blue Moon hab' ich. Den brauchen wir aber auch nicht mehr. Oh. Diese ganzen Skelett-Mage immer, die gehen wir schon auf den Sack. Oh. Ich seh' nie was. Jetzt seh' ich was. Hier gibt's auch wieder neue Bücherregale seh' ich grad. Machen wir von einer anderen, einer andere Art. Auch sehr cool. Das Regeneration-Ding brauchen wir eigentlich auch nicht. Neue Tische, neue Stühle. Auch mal mitgenommen. Ich hab' fast keinen Platz mehr schon wieder, das ist halt das Problem. Äh, das steht mir auch so. Muramasa ist hier nochmal, wenn man eins bräuchte. Hab' ich auch drin gelassen. Was bist'n du? Ach so. Geh weg da. Die komischen Maage immer. Wie sie mir auf den Sack gehen. Mit ihrem Pfuh, Pfuh. Haut ab. Mein Gott, wie vieler gibt's denn von euch? So. Oh, jetzt gehen wir auch. Okay, so unglaublich. Ja, mein Junge-Tön. Aber... Ja, die nerven euch. Die nerven ein klein wenig, ja. So ganz dezent. Kannst du vor allem gleich eine Potion trinken, wenn die weiter machen hier. Lassen trinken wir jetzt eine. So. Hier ist sonst glaube ich nichts mehr auf der Seite. Ja, hau halt ab, Mann. Ne, hier ist Sackgasse. Ich glaub' da warst du schon. Ja. Verpiss dich. Alter Schwede. Ist auch nichts mehr. Da warst du schon drin, glaub' ich hier. Ist das ein bisschen kleiner, oder meine ich das bloß? Was? Ob das hier ein bisschen kleiner ist, oder ich das nur so meine. Meinst du nur? Heilige. Scheiße. Ich weiß nicht, hast du deinen Gamma eigentlich ganz hoch geschaltet, oder warum siehst du immer was? Achso, deswegen. Ist gleich auch sinniger damit rumzulaufen momentan. Noch ein Bücherregal. Ein Gothic Bücherregal im Übrigen. Für die Gothic Fans unter uns. Mike. Goldner Key, Chester, was? Wir müssen hier unbedingt das Zeug abbauen. Warum? Dann bauen wir dem Knorker, oder dem Sirius, eine rosa Bude. Eine rosa Bude? Ja, das könnte passen. Vor allem Sirius. Äh, auch nichts gescheites drin. Was ist das denn hier? Noch mehr Bilder. Noch weniger Platz. Äh, Platz, 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 Platz. Ja, genau das Problem. So, äh, Holzfälle braucht kein Mensch. Iron Ore braucht kein Mensch. Lesser Healing Potions braucht auch kein Mensch. Okay, alles klar, passt. Do you wanna kill me here? Geh weg, 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 alles weg, weg. Alles weg, weg. Bei allem hast du mir eben deinen Scheiß... Watt? Bei allem hast du mir eben deinen Scheiß, äh, Dienst zugeschmissen. Ich schmeiß dir gar nix zu. Wenn, dann schmeißt du mir Sachen zu. Hier sind Betten. Und die sehen richtig gut aus. Das nehm ich mit. Lauf. Das war ich noch. Das werden wir am suchen. Ein Red Dungeon Bett. das nehme ich mit so also ich weiß jetzt schon kisten weg ist noch stühle das ist ja schon ohne base wie weit was weit zu kommen ist wenn du ja genau aber schweiß es bitte so weg dass es nicht explodiert nicht dass hier irgendwas passieren würde aber trotzdem müssen hier ab und zu noch ein paar fackeln hin tun und was sieht wobei hingegangen ist gut rauskommen ja sowieso werden wir das teleportationsding oh ich glaube ich habe keine fackeln mehr doch mal welche diese hängekerzen sind auch sehr schön runter fällt eine kiste und wenig platz was weiß ich weg eine 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 ölkerze habe ich jetzt noch der rest ist relativ schrotig hier drin aber das bild da oben will ich an the glory of was irgendwas bücherregale hier aber so ich habe auf einmal die erste sackgasse gefunden ah da haben wir das in der tür und da ist noch mal so ein aha hier brauchen wir einen grünen schlüssel für es gibt verschiedene schlüssel sorten ich habe irgendeinen ganz normalen schlüssel gefunden eben also hier ist ein grüne in grünes dings gewesen das andere war rot wo haben wir damals die schlüssel dafür gefunden in der hölle hier war das nicht hier weiß gar nicht mehr noch bilder ganz viele bilder noch eine kiste mit dem aquaccepter drin und müssen tunksten weg damit hin war fuba ja das ist noch so ne kann man bestimmt anzünden jetzt habe ich doch ich habe noch wackeln hallo skelett tschüss skelett oh verdammt ich muss irgendwas wegschmeißen oh noch im bett zwei betten und krimson rot weg damit ja ich habe gerade einen ball skeleton gefunden ein was für ein skeleton jetzt für die wand ach so ein skelett für die wand nicht schlecht ich mach mal gerade noch das skelett hier weg mal kurz durchatmen im dunkeln dann geht es auch gleich weiter